Die Nachrichtentruppe, heute Fernmeldetruppe, war eine Truppengattung des Heeres der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS, welche zur Einrichtung und Betrieb der Nachrichtenverbindungen als Fernsprech- und Funkverbindungen aufgestellt wurde. Speziell für das Abhören von gegnerischem Fernmeldeverkehr dienten Horchkompanien, in denen fremdsprachenkundige Soldaten Dienst hatten. Die 1935 der Nachrichtentruppe zugeteilte Waffenfarbe und Waffenfarbe war Zitronengelb. Die Waffenfarbe der Luftnachrichtentruppe der Luftwaffe hingegen war Braun. Vorgeschichte Erster Weltkrieg und Reichswehr Vorläufer der Deutschen Nachrichtentruppe war die 1899 gebildete Telegrafentruppe. Telegrafenbataillone, Festungs- und Armeefernsprechabteilungen wurden im Ersten Weltkrieg 1917 zur Nachrichtentruppe zusammengefasst. Zur Nachrichtenübermittlung wurden neben Funk- und Fernsprechverbindungen sowie den neu entwickelten Fernschreibern auch Brieftauben und Heliografen verwendet. Während des Ersten Weltkrieges erfuhr insbesondere die Funktelegrafie zunehmende Bedeutung. So erfolgte 1915 der erste Einsatz von Tastfunkgeräten durch die Flieger-Truppe zur Artilleriebeobachtung. 1916 operierten erstmals an vorderster Linie mit mobilen Funkgeräten ausgerüstete Funktrupps. In der Reichswehr war ab 1921 jeder Division eine Nachrichtenabteilung mit zwei Kompanien unterstellt. Neben Funk- und Fernsprechverbindungen wurden zunächst auch Brieftauben weiterhin zur Nachrichtenübermittlung verwendet. Ab 1930 wurden zur Verschlüsselung geheimer Nachrichten höherer Stäbe sowie von einzelnen Schiffseinheiten enigmische Friermaschinen eingesetzt. Nachrichtentruppe der Wehrmacht Aufstellung im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht erfolgten die ersten streng geheimen Aufrüstungsmaßnahmen bereits im Frühjahr 1933 mit der Aufstellung neuer Abteilungen bzw. Zweiter Funk-Kompanien bei bestehenden Abteilungen Der Erhöhung der Anzahl der zum 1. April 1933 eingestellten Offiziersanwärter auf das Achtfache und deren zahlenmäßigen Verstärkung des Offiziers Und unter Offizierskorps durch ehemalige Nachrichtensoldaten und deren lehrgangsmäßigen Vorbereitung Ab 1934 entstanden so aus den bisherigen Nachrichtenabteilungen die notwendigen Kader für die Aufstellung zahlreicher neuer Verbände, Wobei die Divisionen der Wehrmacht jeweils eine Nachrichtenabteilung erhielten Die Nachrichtentruppe fächerte währenddessen stetig ihr Fähigkeitsspektrum weiter aus Sie verfügte nun über leichte, mittlere und schwere Fernsprechtrupps, Fernsprechanschluss- und Betriebstrupps, Telegrafenbautrupps, leichte und schwere Funktrupps, Kleinfangtrupps, Funksprech- und Funkheuchtrupps, Patrouillenfunktrupps, Schlüssel- und Auswertetrupps und Sammlerladetrupps Die Ausbildung der Nachrichtentruppe erfolgte ab 1935 an der Heeres- und Luftnachrichtenschule, ab 1936 Heeresnachrichtenschule in Halle-Dölau Als zentrale Kommunikationszentren wurden bei Zossen und auf dem Truppenübungsplatz Ordruf zwei Bunkeranlagen errichtet Fachlich wurde die Nachrichtentruppe durch den Inspekteur der Nachrichtentruppen im Oberkommando des Heeres geführt Die einzelnen Verbände und Einheiten unterstanden den jeweiligen Befehlshabern und Kommandeuren des Feldheeres Bei Beginn des Krieges verfügte die Nachrichtentruppe über 104 Divisions Nachrichtenabteilungen mit Stab, Fernsprechkompanie, Funkkompanie und leichter Nachschubkolonne 23 Korr-Nachrichtenabteilungen mit Fernsprechkompanie, Funkkompanie, 2 Fernsprechfunkkompanien und leichter Nachschubkolonne 10 Nachrichtenregimentern und 12 Feldnachrichtenkommandantuhren auf Armee- und Heeresgruppenebene mit Stab einer I Abteilung mit einer Fernsprech- und einer Funkkompanie sowie einer 2 und 3 Abteilung jeweils mit einer Betriebs- und 3 Baukompanien 45 Selbstständige Feldfernkabelbau, Fernsprechbetriebs- und Fernsprechbaukompanien 14 Nachrichtenersatzabteilungen 7 Heuchkompanien zur Funkaufklärung Hinzu kamen auf Einheitsebene die Nachrichtenstaffeln der Fechtendentruppe wie Z.B. in der Artillerie oder der Nebeltruppe Diese gehörten nicht zur Nachrichtentruppe sondern waren in die Verbände und Einheiten integriert und unterstanden dem Kommando der jeweiligen Kompanien, Batterien und Schwadronen Die Propagandatruppe war bis 1942 ebenfalls Teil der Nachrichtentruppe, wurde dann jedoch zu einer eigenständigen Truppengattung Im Zuge der Bildung weiterer Großverbände kam es im Verlauf des Krieges zu zahlreichen Neu- und Ersatzaufstellungen sowie zur Aufstellung Selbstständiger Nachrichtenkompanien oder Spezialeinheiten Darunter belangt Drahtbaukompanien, Dezimeterrichtverbindungskompanien, Trägerfrequenzkompanien, Durchgangsvermittlungsbetriebskompanien und Fernsprechinstandhaltungskompanien Einsatz im Zweiten Weltkrieg der Inspekteur und General der Nachrichtentruppe Erich Fellgiebel 1944 hingerichtet aufgrund seiner Beteiligung am Attentat vom 20. Juli 1944 gegen Adolf Hitler, wurde mit der Äußerung zitiert Die Nachrichtentruppe hat es schwer Gerade die weiträumigen Operationen der Wehrmacht erforderten in Zusammenarbeit mit der Reichspost den Aufbau und Betrieb eines von der Ostsee bis nach Nordafrika gespannten weitverzweigten Kabelgrundnetzes und die entsprechende Bewältigung großer Reichweitenprobleme Fellgiebel stellte drei spezialisierte Führungsnachrichtenregimente auf, die mithilfe der Trägerfrequenztechnik die Verbindungen über größte Entfernungen sicherten Dieses aus Drehkreuz- und Felddauerlinien Später auch aus unbespulten Fernkabeln bestehende Verbindungsnetz war vor allem in der Zweiten Kriegshälfte durch Sabotage durch Partisanen und die Rückzugsbewegungen bedroht Generalstabschef Franz Halder, der im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger beim Kriegsausbruch 1914 die strategische Bedeutung militärischer Nachrichtenverbindungen richtig eingeschätzt hatte, hatte den sowohl als Ass der Nachrichtentruppe verehrten wie auch abschätzig als Strippenpapst titulierten Fellgiebel im Frühjahr 1939 ins Amt berufen und ihn dann soweit in die Operationsplanung einbezogen, dass der Inspekteur der Nachrichtentruppe auf seinem Gebiet Organisation, Technik und Einsatz erfolgreich vorbereiten konnte. Fellgiebel gelang es mit seiner Truppe im Verlauf des Krieges ein engmaschiges Über deutsches und okkupiertes Gebiet überlagernd gespanntes Kommunikationsnetz aufzubauen Das robust alle Störungen auffangen und kompensieren konnte, wurden kabelkriegsbedingt zerstört So ließen sich sofort Ersatzverbindungen schalten Bis Anfang 1945 blieb das umfangreiche Nachrichtennetz der Wehrmacht funktionsfähig So fielen nach dem Abschneiden der Heeresgruppe Nord im Kurlandkessel zwar alle Fernmeldeleitungen zwischen Riga und dem Führerhauptquartier in Rastenburg aus, aber die Heeresgruppe Nord behielt dennoch einen Draht zum 300 Kilometer Luftlinie entfernten Führerhauptquartier Fernschreiben und Ferngespräche gelangten nun per Land- und Seekabel über die rund 4.500 Kilometer lange Strecke Rastenburg-Berlin, Hamburg, Dänemark, Oslo, Navig, Petsamo, Rovaniemi, Helsinki, Rival, Riga in das Hauptquartier der Heeresgruppe Albert Braun bezeugte, die Sprachverständigung war zwar dünn, aber ausreichend, die Fernschreibverbindung sicher Unentdeckt blieb jedoch die entscheidende Schwachstelle des deutschen Nachrichtenwesens Es gelang der britischen Funkaufklärung ab 1940 mit einer Geheimoperation unter dem Decknamen Ultra mit steigendem Erfolg Die deutschen Funksprüche durch das Knacken der Enigma-Verschlüsselung zu dechiffrieren Was den Alliierten das Mitlesen aller strategisch-taktischen Nachrichten von deutscher Seite ermöglichte und ihnen damit einen Kriegsentscheidenden Vorteil verschaffte Dem Zusammenbruch im Frühjahr 1945, bei dem sich deutsche Heeresverbände bereits in verschiedene, voneinander isolierte Gruppierungen auflösten Konnte von den übrig gebliebenen Führungsnachrichtenregimentern noch notdürftig durch ergänzende Leitungsbauten und spezielle Schaltungen begegnet werden Am 20. April 1945 musste schließlich der zentrale unterirdische Nachrichtenbunker Zeppelin in Zossen angesichts anrollender sowjetischer Panzer abgeschaltet und fluchtartig geräumt werden Bilder aus dem Einsatzgeschehen Punkt, 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 Tradition Nachdem bereits seit 1918 Kameradschaften der Nachrichtentruppen bestanden wurde 1961 in Bonn auf Anregung des ehemaligen Generals der Nachrichtentruppe Albert Braun der Fernmeldering E.V. gegründet Nach Kriegsentwicklung Sowohl die Waffenfarbe Zitronengelb als auch die Bezeichnung Nachrichtentruppe wurden in der NVA der DDR bis 1990 beibehalten Die deutsche Bundeswehr hingegen änderte die Bezeichnung in Fernmeldetruppe, behielt jedoch die Waffenfarbe Zitronengelb unverändert bei Die deutsche Bundeswehr